Ich begrüße euch zu meinem achten Themenvideo aus der Reihe Denkt mal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Pflege. Durch medizinische Fortschritte werden wir immer älter. Der Wunsch eines jeden ist, ohne Gebrechen alt zu werden. Oben fit und unten dicht ist die Devise, um das Altern als würdevoll zu empfinden. Leider ist der Luxus, bis zum Ende des Lebens auch gesund zu bleiben, für viele ein unerfüllter Traum. Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt zusehends. In der Diskussion zur Verbesserung der Pflegesituation wird derzeit der Schwerpunkt auf die Erhöhung der Zahl an Pflegepersonal gelegt. Ist das aber der richtige Weg? Pflegepersonal wächst nicht auf Bäumen und die Attraktivität, diesen Beruf heute auszuüben, lässt ebenfalls sehr zu wünschen übrig. Keine Frage, es werden auch Pflegekräfte vom Fach benötigt. Dieses ist jedoch nur ein kleiner Baustein, um die Problematik zu lösen. Anstelle sich nur darauf zu konzentrieren, die Zahl der Pflegekräfte in Einrichtungen aufzustocken, sollten die Voraussetzungen für Angehörige, ihre Lieben zu Hause zu pflegen, angepasst werden. Neun von zehn Pflegebedürftigen würden es vorziehen, von ihren Verwandten und Freunden in vertrauter Umgebung und nicht von Fremden gepflegt zu werden. Vielerseits sind wegen den derzeitigen Gegebenheiten Angehörige aber nicht in der Lage, die Pflege vorzunehmen. Zudem gibt es Bereiche, bei denen abzurechnende Leistungen an Einrichtungen gebunden sind, zum Beispiel in der Hauswirtschaft. Eine Verbesserung der Regelungen für die Hauswirtschaftspauschale wäre, wenn diese an jeden ausgezahlt würde, der diese Aufgabe erfüllt, anstelle den Pflegestationen der häuslichen Krankenpflege das Personal für Pflege zu entziehen. Häusliche Krankenpflege durch eine Pflegestation wird zur Ausschließlichkeit, wo keine Angehörigen mehr da sind. Überall, wo Angehörige bereit sind, die Pflege zu übernehmen, sollten die Pflegestationen, wenn erforderlich, ausbildend oder unterstützend arbeiten. Die Pflege in Einrichtungen wie Seniorenheimen sollte nur in Frage kommen, wenn selbst mit der unterstützenden Hilfe durch häusliche Pflegeorganisationen die nötige Hilfe nicht mehr gewährleistet werden kann. Durch eine Verstärkung der Pflege durch Angehörige könnte der Bedarf an Pflegekräften stark reduziert werden. Genauso, wenn sich ein Pflegebedürftiger seine Haushaltshilfe gemäß dem Budget seines Pflegegrades selber wählt und auch privat abgerechnet werden kann. Um die Mobilität der Pflegebedürftigen im Haus zu erhalten und durch Mithilfe die Angehörigen zu entlasten, müsste der Hilfsmittelkatalog überdacht werden. Momentan ist es so, dass es in Sanitätshäusern Hilfsmittel gibt, die durch einen Arzt nicht verschrieben werden dürfen. Grund ist das Fehlen einer Hilfsmittelnummer, also ein rein bürokratischer Akt. Wenn aber ein Arzt, meinetwegen auch der medizinische Dienst der Krankenkassen, erkennen kann, dass eine Vorrichtung, ob sie nun auf einer Liste steht oder nicht, das Ziel erfüllt, sollte dem keine Bürokratie im Wege stehen. Die Kranken- bzw. Pflegeversicherung sollte die Kosten übernehmen. Ein Beispiel. Wenn ein Pflegebedürftiger selbst beim Aufstehen von einem Sitzmöbelstück, zum Beispiel ein Sessel, Hilfe benötigt, muss die im Haus wohnende Pflegeperson körperlich mit Kraft Hilfe leisten. Das kann im schlimmsten Fall auch den Rücken oder die Gelenke des Helfenden schaden. Aufstehhilfen gibt es. Ob nun ein mechanisches Sitzkissen oder eine Deckenbodenstange, beides kann Erleichterung bieten. Allerdings sind diese keine Hilfsmittel mit Nümmerchen, dürfen demnach nicht verschrieben werden und werden von den Kranken- und Pflegeversicherungen nicht übernommen. Normal bei Hilfsmitteln, was auch legitim ist, dass individuell geprüft wird, ob ein Hilfsmittel vonnöten ist. Ablehnung, weil eine Nummer nicht vergeben wurde, ist Irrsinn. Die Notwendigkeit von Hilfsmitteln darf den Bedürftigen niemals in finanzielle Notlagen führen. Dieser Schiefstand ist zu korrigieren. Sollte zum Beispiel, um die Mobilität eines Pflegebedürftigen sicherzustellen, ein Treppenlift über mehrere Stockwerke vonnöten sein, die Einwilligung des Hauseigentümers vorausgesetzt, so sind diese Kosten und die der Installation voll zu tragen und nicht auf Pauschalen zu setzen, welche vorne und hinten nicht reichen. Derzeit sind die Leistungen durch die Pflegekasse, welche an den Pflegebedürftigen gezahlt werden, für die selbstgewählte Pflegeperson erheblich geringer als das, welche einer Pflegeeinrichtung oder einem Pflegedienst bezahlt wird. Die zu erledigende Arbeit für den Pflegebedürftigen ist jedoch dieselbe. Entsprechend müsste auch das Pflegegeld, je nach Pflegegrad, dieselbe Höhe haben. Die Einteilung der Pflegegrade und Höhe der Pflegegelder sollte jedoch mehr an die Realität und weniger an das Wunschdenken gepaart mit Einsparungen orientiert sein. Für Personen, denen die Einteilung von Pflegegraden nicht bewusst ist. Es wird geschaut, wie viele Minuten am Tag rein für die Pflegeleistung aufgewendet wird. Je mehr Zeit beansprucht wird, umso höher der Pflegegrad. Leider sind die zeitlichen Abmessungen sehr unrealistisch. Wenn man diese unrealistischen, zugrunde liegenden Zeitangaben berücksichtigt, erklärt es natürlich auch die schlechte Vergütung von Pflegepersonal. Ich rede davon, dass eine Pflegekraft für einen Pflegebedürftigen, inklusive Be- und Entkleiden, Abtrocknen und Hilfe beim Hineinsetzen in die Badewanne und das Herausholen nur sieben Minuten Zeit hat. In der Zeit muss dem Pflegebedürftigen dann auch beim Waschen geholfen werden, Wanne füllen, Wasser ablassen und abschließende Reinigung der Sanitäranlagen ist ebenfalls in den sieben Minuten enthalten. Um Geld zu sparen, sind alle Tätigkeiten, welche die Mobilität des Pflegebedürftigen fördert, zeitlich nicht erfasst. Außerdem bleibt außen vor das Stützen, um sich auf einen Stuhl zu setzen, ohne zu fallen, der Weg zur Toilette, das Verlassen oder Betreten der Wohnung, das Setzen in einen Rollstuhl, das Aufstehen von Sitzmöbeln und vieles mehr. Die Diskussion, dass mehr Pflegekräfte benötigt werden, ist für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen nachvollziehbar. Der Gesamtbedarf sinkt aber, wenn mehr auf Pflege durch Angehörige gesetzt würde. In der heutigen Zeit ein zu berücksichtigender Aspekt. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Wenn es euch in der Zeit gar nicht mehr zu verholt, zum Beispiel zum Beispiel. Ich wünsche dir die Glocke. Wie bitte nicht mehr zu sehen, immer noch zu Verkaufeln. Das hier sind die Glocke. Und die Glocke. Oder in der Zeit gar nicht mehr zu verholt werden. Ich würde mich verholt, wenn ich wirklich eine Glocke. Untertitelung des ZDF, 2020